Hallo und Willkommen bei dem neuen Let's Play. Heute spielen wir Shoo Jump. Das ist ähnlich so wie Flappy Bird. Ich hab's jetzt schon versucht vorhin. Und das ist eigentlich ganz leicht. Ich find sie lustig. Ich mag sie. Genauso wie ich das Ding da mag, dass sie quietscht. Ziemlich kawaii. Nein! Das ist genauso unfair wie Flappy Bird. . Okay. Was ist das Ding? Nicht zu terrorists, pfst, 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 pfst. Welche Loregen, wir schicken Sie jetzt noch auf, das Hände zu ziehen. Neustaufen Sie das? Manchmal denkst du mir, dass du eine Backabelle bekommst. Ist es nass? 2, 3, 4, 5. Warte, was? Ach, das ist so süß. Ich sehe es dreifach. Nein! Wie viel Spiele? Warum spiele ich das überhaupt? Einmal. Erst so ist es. Es geht ums hier. Alles klar. Guck mal. Letztes Mal. Alles zur Versuchung. Oder nicht. Ich glaube, ich versuche es, weil sie fast kurz knacken. Den hat er hier irgendwo wieder aufgestellt. Langsam. Ist das denn ein Spiel? Komm, wir schaffen es schon. Wir schaffen es. Boah! Wir machen es schon mal. Wir machen es schon mal. Leute, wisst ihr was? Das Spiel macht mich jetzt depressiv. So, weil ich es nicht schaffen würde. Abgebändelchen. Schreibt mal die Kommentare, was ich noch so zacken könnte, oder? Oder so was ähnliches. Ja, bis zum nächsten Mal.